Ein Verlag, mit dem schon fast eine freundschaftliche Verbindung besteht, ist der Verlag Neues Leben Berlin. Der Verlag bringt regelmäßig Biografien heraus von bekannten Persönlichkeiten der DDR. Diesmal ist es eine Biografie von T. Fischur, was mir wichtig ist, so ist der Titel. T. Fischur ist ja bekannt, ein großer Radfahrer und Friedensfahrtfahrer und vor allen Dingen Weltmeister. Die Kapitel in diesem Buch beschreiben schon ziemlich genau, dass T. Fischur alle seine Lebensbereiche beschreibt. Dieses Buch ist manchmal ein bisschen zynisch für Außenstehende, aber niemals beleidigend. Und es ist eben genau so, wie man sich T. Fischur als Fährensportler vorstellt. Die Kapitelüberschriften würde ich kurz vorlesen, um dann eine ganz kurze Stelle noch anzuschneiden. Inhalt. Soll man noch ein Buch schreiben? Soll man den Enkel zum Sporttreiben bewegen? Soll man ein Haus bauen? Soll man von der Pike auf lernen? Soll man in die Politik gehen? Soll man das grausame Doping-System der DDR verteidigen? Soll man Mauer-Stasi-Stacheldraht hinnehmen? Soll man sich als Ostdeutscher bekennen? Soll man alt werden? Wie wird man alt? Soll man optimistisch in die Zukunft schauen? Und ganz am Ende alle Lebensdaten von T. Fischur. Ich werde aus dem Kapitel vorlesen, soll man sich als Ostdeutscher bekennen? Ab Seite 145. Was in deutschem Namen angerichtet worden war, sah ich, als wir 1952 bei der Friedensfahrt durch Polen fuhren. Erstmals nahmen Deutsche auf Einladung der Polen daran teil. Ruinen säumten die Strecke und wir fanden, dass unser Rennen den richtigen Namen trug. Niemals wieder. Das war eine klare Botschaft, der ich mich zeitlebens verpflichtet fühle. Gleichwohl war die deutsche Teilung wieder natürlich und darum kritikwürdig. Deshalb hat man sich auch dagegen aufgelehnt. Nach meiner Erinnerung im Osten stärker als im Westen. Pieck und Ulbricht baten in Moskau um den Ostteil der Insel Usedom und um Schlesien wegen der Kohlegruben, blitzten aber bei Stalin ab. In Potsdam war der unwiderrufliche Schlussstrich gezogen worden. Bundeskanzler Adenauer hingegen wies später selbst darauf hin, dass er die Westintegration der nationalen Einheit vorgezogen, also unpatriotisch gehandelt habe, womit er vermutlich einzigartig in der Weltgeschichte dastünde. Die DDR verabschiedete sich erst in den 70er Jahren von der Idee einer Konföderation als dem ersten Schritt zur Überwindung der Spaltung. Damit war für uns die deutsche Frage beantwortet und darum nicht mehr offen. Das war etwas vorschnell und nach meiner heutigen Überzeugung ein politischer Fehler. Traditionen leben länger als Staaten. Damals sah ich das nicht so. Auch ich meinte, dass sich inzwischen die beiden deutschen Staaten so weit auseinander und so unterschiedlich entwickelt hätten, dass es eine Vereinigung nicht mehr geben würde. Wir alle wissen, dass es anders gekommen ist und wie T. Fischur das erlebt hat, das beschreibt er auch in diesem Buch. Ein sehr eindrucksvolles, sehr faktenreiches, wunderbares Buch. Entspannend. Entspannend. Entspannend.